Thema dieses Films sind Symmetriebeziehungen und Spiegelungen im kathesischen Koordinatensystem. Das kathesische Koordinatensystem ist ja an sich schon eine ziemlich symmetrische Angelegenheit. Zwei senkrecht aufeinander stehende Achsen mit einem gemeinsamen Nullpunkt. Wenn wir die Zahlenbeschriftungen weglassen, ist jede Achse achsensymmetrisch zur anderen. Und das Ganze ist außerdem punktsymmetrisch zum Nullpunkt. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Impfung Jessica Die Impfung ist eine häufig Wahrheit. Der Ausatmärkte Vielen Dank.